Große Klappe für so jemanden, der so ein Hemd trägt. So, da sind wir dabei. Batman, Arkham Knight, weiter geht's. Erstmal vom Riddler getauntet werden am Anfang von der Folge. Auch nicht schlecht, da gehen wir bald hin. Wir gehen nach Chinatown, wir holen die Schlüssel, um Catwoman rauszuholen. Wir haben aber jetzt erstmal eine andere Mission. Es gibt nämlich scheinbar einen Typen, der neben dem brennenden Bett-Symbol steht. Und ich gehe jetzt erstmal ganz kurz da nach drüben, es sind 450 Meter knapp noch. Guck mal, was zur Hölle da abgeht. Ob es ein Freund vermisst, ob es ein Feind vermisst, ob es irgendein Vollidiot ist, der einfach nur Feuerwerkskaufe übrig hatte. Wir gucken einfach mal. Und danach können wir dann ja nach Chinatown gehen und gucken, dass wir den Schlüssel für Kitty holen. Wir haben herausgefunden, dass Oracle einen Unfall verursacht hat, um uns eine Nachricht zu hinterlassen. Und schauen wir uns erstmal das Ding hier an. Okay, Kratos! Ich sehe dasselbe Feuer in deinen Augen. Doch bevor die Nacht vorüber ist, wird dich das Feuer verzehren. Gotham braucht einen neuen Retter. Einen neuen Beschützer. Einen neuen Batman. Meine Zeit ist noch nicht vorbei. Du kannst diese Last nicht ewig tragen. Ich habe dich lange studiert. Du hast einen Kodex. Du tötest nicht. Und das werde auch ich nicht. Der Orden hat es vorausgesehen. Die Zeit ist gekommen, den Umhang einem anderen Krieger zu überreichen. Mir. Wenn du deine Fähigkeiten unter Beweis stellen kannst, denke ich vielleicht zu gegebener Zeit darüber nach. Aber nur, wenn du würdig bist. Wie du willst. Okay. Zeig mal was da drauf hast, Dinger. Battle Ranks hat er auch schon bekommen. Nicht schlecht. Erstmal ein Startkit. Wunderbar. Das Gotham Rächer Startkit. Das klingt irgendwie wie ein DLC. Zack. War jetzt nicht allzu schwer. Ich bin nur um die Ecke zu bringen. Hau rein. Schicker Umhang, by the way. Ledrig feucht. Sir, ich habe S-Rails Vorführung aufgezeichnet. Gute Arbeit, Alfred. Führe die üblichen Physiologie-Tests durch. Vermute ich richtig, dass Sie ihn als Ihren Nachfolger in Betracht ziehen? Niemand weiß, was nach heute Nacht passieren wird. Ich melde mich. Erstmal checken, wie buff der Typ wirklich ist. Da können wir wirklich drüber nachdenken, was hier als nächsten Schritt eingeleitet wird. Lass mal schauen. Wir haben das erstmal abgeschlossen. Hier haben wir die Feuer. Die sind 517 Meter entfernt. Sollten wir uns vielleicht auch ganz kurz vorher anschauen. Bristol in Brand gesetzt. Ich muss das Feuer löschen und herausfinden, wer dahinter steht. Das ist so ein Ding, was wir vielleicht nochmal ganz kurz vorher machen könnten, bevor wir dann wirklich nach Chinatown gehen und die Aufgabe für Catwoman lösen. Oder vielmehr für Riddler, um Catwoman endlich rauszuholen. Das war ein Spacken. Sieht übel aus. Ja gut. Es gibt wenig Leichen, die nicht übel aussehen hier in Arco mittlerweile. Ich glaube aber, ich sollte nicht von oben rein sein, da muss ich irgendwie von unten rankommen. Hier. Holy shit. Lass mich raten, ich sollte mein Batemobile holen. Oh, da ist es schon. Hi. Das ging schnell. Das ging rufen, mein Freund. Der Brand wird außer Kontrolle geraten, wenn ich die Feuerlöschanlage nicht aktivieren kann. Kommen wir hin. Keine Panik. Ich brauche nur ein bisschen Gefühl im Finger. Yep, yep. Smooth as balls. Firefly. Oh, komm schon. Du schon wieder? Das ist lange her. Na gut, okay. Immer mir da. Fragen wir dem Kollegen mal. Checken, wo er hingeht. Vielleicht kommt er zufällig irgendwann in Chinatown raus. Wäre ja ganz passend. Oh shit, what? Ich verbreite dich zur Asche. Das sehe ich, dass du es versuchst. Aber du siehst auch, dass ich in drei Tonnen Metall sitze. Ich bin mein Bateman. Lass du brennen. Shit, ich brenne wirklich. Ist zur Helle. Überlass mich, den Schlaf in Bateman. Ich muss alles verbreiten. Kann ich den Kollegen irgendwie runterschießen oder möchte ich vielleicht nur folgen? Brenner. Soll das Feuer dich umgeben? Kann ihn scheinbar auch nicht durchtreffen. Genau, probieren ganz kurz. Wie magst du meine Flammen? No, nicht so wirklich. Feuer ist rein, Batman. Schmerz reinig. Muss ich aber nur warten, bis er all sein Benzin aufgebraucht hat. Man, die Anzeige da rechts oben. Stellt irgendwas dar. Weiß nur nicht genau was. Aber okay. Checken wir das mal. Sie müssen durch Feuer fahren. Macht ja auch Spaß. Hört mich an gute alte Twisted Metal Zeiten. Zack. Musste wirklich ab und nur abwarten, bis hier seine Anzeige leer ist. Jetzt kann ich ihm erstmal auf die Schnauze geben. Häufel Nacht wird diese stinkende Stadt mit Feuer gereinigt. War ja zu erwarten, dass wir ihn nicht gleich fertig kriegen. Ich glaube, wir sind diesem reizenden Pyraman schon begegnet. Firefly. Es scheint, Scarecrow hat jedermann mitgeteilt, dass kurz ihm heute Nacht, wie er los ist. Er ist gefährlich, Alfred. Such nach weiteren Bränden. Zwei Verwässerungspunkte erhalten. Jetzt mal schauen, wir haben insgesamt sechs mittlerweile. Okay, jetzt können wir vielleicht dann doch mal wieder drüber nachdenken, so langsam wieder ein bisschen Upgrades zu machen. Was haben wir denn hier? Hübsches Spezialkombo verschrotten. Entwaffen einen Gegner, macht seine Waffe dauerhaft unschädlich. Hm. Okay. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal. Oder Waffengriff MK2 erhöht die Zeitspanne, bevor eine von der ergriffenen Nahkampfwaffe eines Gegners zerbricht, wodurch du mehr Schaden verursachen und länger die Verteidigung der Gegner durchbrechen kannst. Oh. Gut, das ist schon mal vorne mit dabei. Jetzt überzeugt mich. Überzeugt mich. Was ist das? Okay, okay. Nichts geht über Panzerung. Tut mir leid. Genauso wie die hier. Jetzt haben wir noch zwei Punkte. Hm. Ich glaube, die sollte ich mir aufsparen, um irgendwann dann wieder mal was Sinnvolles, Größeres zu kaufen. Ich könnte mir aber auch das rauslassen. Ja, komm schon. Warum auch nicht? Erst mal shoppen gehen. Einfach mal shoppen gehen zwischendurch. Das muss einfach mal sein. Okay. Jetzt gehen wir in Richtung Chinatown. Wie gesagt. Eine Herausforderung unterhalb von Chinatown? Also gut, Nigma. Ich werde mitspielen und gewinnen. Selinas Leben hängt davon ab. Das sieht nämlich aus. Deswegen sollten wir gucken, dass wir so schnell wie möglich hinkommen. Diese zweite Prüfung auch erledigen und gucken, dass wir den ersten Schlüssel bekommen. Ich weiß nicht, wie viele Prüfungen es gibt, aber ich denke mal, das könnte eine langwierige Aufgabe werden. Aber eins nach dem anderen. Ich weiß nicht so wirklich, ob es eine Zeitbegrenzung gibt, in der wir wirklich alles abschließen müssen, weil er sagt, lass mich nicht ohne Kampf gewinnen. Aber so weit will ich es auch nicht wirklich kommen lassen. Dass vielleicht wirklich irgendwie die Zeit ausläuft und wir sie nicht mehr da rauskriegen. Es geht nicht. Und es wäre absolut nicht Batman-like. Dann sind wir doch auch schon. Hallöchen. Hallöchen. Holy fuck. Aber direkt davor geslidet. Wieder eine Aufgabe für das Plattmobil. Wow. Okay. What the fuck? Äh, ich glaube, die haben sich schon ziemlich in die Hose geschossen. Boah, da war ich für einfach mal rein. Wird schon klappen, denke ich mal. Sicher genug, oder? So, so, dunkler Ritter. Lust auf mehr? Erniedrig, nicht wahr? Nicht wahr? Die Gelegenheit, meine Großartigkeit zu sehen. Die aufkommende Erkenntnis, wie wahrlich unbedeutend, wie wenig beachtenswert du wirklich bist. Diese Tests sind meine Meisterwerke, Detektiv. Sobald du geschlagen bist, werden sie Denkmäler für mein Genie sein. Und Mahnmale für deine Dummheit. Horden von Schulkindern werden in die Aufzüge stürzen. Wie gierig darauf, den Ort zu sehen, an dem der dunkle Ritter geschlagen wurde. Sie werden es natürlich nicht verstehen, aber sie werden kommen. Aber sie werden kommen. Das ist schön für sie. Herzlichen Glückwunsch. Wollt mich jetzt freuen. Wie lange ist eigentlich diese verdammte Aufzugfahrt? Na gut, lass mal anfangen. Ein so sünder und eleganter Test, bei dem selbst du das Prinzip solltest da ahnen können. Du musst diese Fläche mit Strom versorgen. Detektiv. Okay, die Fläche mit Strom versorgen. Jetzt erst mal die Frage, welche Fläche? Es wird definitiv irgendwo einen Generator geben, den wir anschmeißen können. Weißt du, Batman, wenn es hier ist? Ich glaube nicht, dass du das hier rauskommst. Zack. Ich bin da mit den... Ah, what? Ach shit, halt. Ich bin in den Zapfen, da wird er rausgezogen. So, damit kann ich auf jeden Fall das hier blockieren. Kann ich es zurückziehen? Hm. Das ist nur die Frage, wie... ...mach ich das hier? Das ist auf jeden Fall auch ein Problem. Das wird aktiviert. Ah, okay. Das wird dadurch aktiviert. Wird es dadurch aktiviert? Okay, und dadurch wird es deaktiviert. Gut, dann muss ich mal gucken, ob ich hier irgendwie... ...habe ich da irgendwie anders vorbei? Du hast es einer geistigen Herausforderung, nicht gewachsen zu sein, Batman. Das interessiert mich wirklich. Oh nein, Batman. Du hängst viel zu sehr an deinem lustigen Panzer, um das lösen zu können. Das ist chill. Lass mich doch erst mal den Raum genau anschauen und checken, was ich hier noch so machen kann. Vorher mich wieder am Mockenbiss, man. Das war das kleine Hirn, Alter. Schau dich an. Jetzt werde ich mal Gas geben. Kann ich da irgendwas kaputt machen davon? Wo bin ich diese Dinger? Okay. What? Verstehe nicht so ganz, was es ist, aber gut. Irgendwas wird es schon sein. So, damit können wir das Ding aktivieren. Die Sache können wir das... Die Batmobil-Fernsteuerung könnte hilfreich sein. Yep, die Batmobil-Fernsteuerung könnte allerdings hilfreich sein. Okay, also mit Geschwindigkeit geht es nicht. Batmobil-Fernsteuerung, sagst du, das ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Jetzt muss ich mir überlegen. Ich kann auch einfach das hier nach oben bringen und dann aussteigen, oder? Das müsste doch auch funktionieren. Pro-Tipp von Batman hier. Einfach runterlatschen, draufstellen. Jep. Und dann nach oben ziehen. Hat sich das Problem auch schon erledigt. Da hätte ich auch früher drauf kommen können. Zack. Absolut kein Problem. So, wie geht es jetzt hier? War das die Frage. Da müssen wir jetzt wieder schauen, dass wir... Das ist nicht nur ein Intelligenztest, dunkler Retter. Ich teste auch noch dein Geschick. Ich merke es gerade, ja, ich merke es gerade. Ah, da war es gerade. Da war es gerade. Position, die ich brauche. Komm schon. Nein. Okay, jetzt die Frage. Ich kann dann von hier anfahren und... rüberboosten. Dann muss ich wahrscheinlich einfach, während ich in der Luft bin, gucken, dass ich das andere rausdrücke. Jep. Okay. Gut gemacht, Detektiv. Deine wahre Berufung als drittklassiger Zirkusstanker zeigt mich jeden Tag deutlicher. Hat doch ganz gut funktioniert. Nach kleinen anfänglichen Problemen alles in Ordnung. Können wir direkt weitermachen, wenn es noch weitergeht. Ich meine, ich kann auch heimgehen und erst mal einen Kaffee trinken. Was hast du davon? Du hast es geschafft oder bist blindlings zum Sieg gestolpert. Zeit, sich um den Schlüssel zu kümmern. Nun denn, Detektiv, hüpfe auf die Druckplatte neben mir. Die Druckplatte? Ach, diese Druckplatte hier. Hör gut zu, dunkler Ritter. Das Leben deiner Freundin hängt davon ab. Im Weißen Haus ist eine Reihe Glasschränke vor Catwoman aufgetaucht. Das stimmt doch, oder, mein Schatz? Ich sehe sie, Eddie. Okay. Und die Lösung ist jetzt bei Catwoman, oder? Was soll ich machen? Wille mir nicht wirklich verraten, ne? Okay, ich stand nicht richtig auf dem Knopf drauf. Heilige Scheiße. In den anderen weniger nützliche Schlüssel, die den einfältigen Inhalt deines Schädels an die Wände des Waisenhauses verteilen werden. Diese Aufgabe der Kieb ist eigentlich, wenn der heraus, welchen Schrank Catwoman öffnen muss. Liegt nur nicht falsch. Diesen her. Also die meisten davon... Okay, Batman, mal sehen, ob du wirklich so schlau bist. Laut den Lichtern war Batman auf jeden Fall. Jep. Ich glaube, das war gut. Ich habe dieses Mal zwei von Catwomans Halsband abgezogen, um Batmans Erfolg zu berücksichtigen. Ich hätte einfach bei acht anfangen können, aber naja, neun Leben, es lag zu nah. Hat er recht. Hat er recht. Wäre auch ein bisschen enttäuscht gewesen, wenn es wirklich nur acht gewesen wären. Nun, Catwoman, feiere dein Überleben, indem du Batman über die neuesten Entwicklungen im Waisenhaus unterrichtest. Im Waisenhaus unterrichtest. Numeracy 101. Ist ja gut, chill mal, Alter. Rutscht nicht aus deinem Hawaii-Amt raus. Große, mysteriöse, grüne Tür. Ja, ja, genau. Kommt zurück zum Waisenhaus, Batman, dann lasse ich euch beide durch. Dann lasse ich euch beide durch. Was? Oh, ich muss jedes Mal wieder zurückkommen. Oh, du bist doch ein Scumbag. Echt jetzt? Das könnte allerdings langwierig werden. Na gut, aber zumindest sind wir hier fertig. Wir können auf jeden Fall nach draußen fahren. Ich würde sagen, lasst uns später irgendwann im Waisenhaus vorbeischauen, dass wir mit Catwoman durch die nächste Tür durchgehen und dann einfach mal gucken, wie es weitergeht. Das heißt, wir brauchen jetzt noch sieben weitere Schlüssel, sieben weitere große Aufgaben, die ihr uns stellt, um sie dann letztendlich zu befreien, um das Halsband abzukriegen. Naja, ich komm, ich komm, wenn ich will. Ich komm nicht, wenn du sagst, spring, nope. Vergiss es, Alter. Ich komm mit einer fliegenden Faust, allerhöchstens. Jetzt geht man hier wieder veräcksch. Achso, klar, ich hab vergessen, wo ich bin. Gut, Leute, ich würde sagen, kommen wir erstmal einen kleinen Cut rein. Wir sind ein heilige Scheiße. Kleinen Schritt weitergekommen mit Catwoman. Beim nächsten Mal schauen wir dann auch, dass wir bei Oracle ein bisschen weiterkommen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, schreibt einen Kommentar. Bis dahin, haut rein. Bis dahin, haut rein. Bis dahin, haut rein. Bis dahin, haut rein. Bis dahin, haut rein.